Ja, auf ein weiteres. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Drückt mir die Daumen, dass es klappt und verzeiht mir, wenn ich einige Male dort öfters hinschaue, denn dort ist mein PC, der den Ton macht. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist, wenn das meine Reaktion ist. Das kann nicht wahr sein, ich raste aus, wirklich, was ist denn das hier für eine verdammte... Ja, das Mikrofon ist andauernd ausgefallen. Ich hatte natürlich kein Backup-Mikrofon. Ich habe jetzt hier wieder ein Mikrofon. Es war wild, aber ich glaube, das war eine göttliche Eingebung, denn ich war so unzufrieden mit mir, mit meiner Laune in dem Video, dann natürlich, und vor allen Dingen auch mit dem Ergebnis, denn ich habe ein Produkt, naja, ich will nicht sagen fertig gemacht, aber ich war einfach wütend. Und ich bemühe mich gerade, allesamt ausgeblendet aus, als hätte ich im Schlamm gespielt. Und worum es geht, erzähle ich euch heute. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, zweiter Versuch und heute auch nochmal ein bisschen anders. Es geht heute um Make-Up-Neuheiten, die ihr so recht selten bei mir seht, weil ich meistens ja immer wirklich probiere Drogerie, 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 aber ab und zu kitzelt es so ein bisschen in meinen Fingern und ich möchte natürlich auch noch was Neues ausprobieren. Und ich habe ganz viele Produkte hier von Huda Beauty, die nagelneuen Creamy Lidschatten und die haben mich gestern zur Weißglut gebracht. Wir haben einen neuen krassen Primer und ich weiß, dass viele, viele, viele den feiern werden. Lippenstift von Charlotte Tilbury, was Neues, einen unglaublich krassen Blush und noch viel mehr Let's Go. Ich glaube, das war einfach eine Eingebung, dass ich das Video nochmal neu machen sollte und ich habe mir auch gedacht, ich kann euch nicht so einen Quatsch mehr hochladen mit einem kaputten Ton und mit schlechter Laune. Und wenn ich schlechte Laune habe, dann rede ich einfach und drehe das Video einfach nochmal. Heute ist der Tag, mittlerweile ist es aber schon 18 Uhr. Okay, wir starten zuerst mit dem Primer, weil ich gestern auch den Primer zuerst benutzt habe und dann alles gemacht habe und zum Schluss den Lidschatten benutzt habe. Spoiler-Alarm, war ein Fehler. Das ist natürlich jetzt nicht mehr die Reaktion, die ich gestern hatte, aber vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Danessa Myricks, die Gute, hat ein neues Produkt rausgebracht und ich weiß nicht, ich glaube Vanessa Myricks, die Vanessa, Danessa sitzt manchmal in ihrem stillen Kämmerlein und überlegt, was kann ich machen, was die Leute verwirrt. Und sie hat es wieder geschafft, vor allen Dingen nicht. Sie hat nämlich den Yummy Skin Water Powder Serum rausgebracht. Ist erstmal eine Wortkombination, die ein bisschen wild ist. Packaging 12 von 10. Ich liebe dieses dunkle Kupfer und dann dieses schlichte, sehr einfache, aber trotzdem spektakuläre Packaging. Denn hier ist natürlich auch ein Schild dran, was ich nicht gelesen habe. Nicht schütteln, nur das hier unten tappen. Habe ich nicht gemacht, aber es hat trotzdem geklappt. Wir drehen das Ganze einmal auf und ihr habt hier oben wie so eine kleine Pipette. Was ist das? Das ist ein, ich probiere es so ein bisschen so als Wasser zu beschreiben. Ein Wasser, welches eure Haut mattiert, aber nicht sofort, sondern erst dann, wenn eure Haut potenziell öliger wird. Klingt recht komplex, ist aber gar nicht so schwierig. Wir haben einmal dieses Schätzchen hier. Ihr drückt hier hinten rauf und dann kommt hier so eine Flüssigkeit raus. Die ist auch eigentlich wie Wasser, ein bisschen dicker von der Viskosität her und fühlt sich auch eigentlich auf der Haut an wie ein Hyaluronsäureserum. Aber die macht was ganz, ganz Spannendes. Erstmal kombiniert die Feuchtigkeit. Die Haut wird durch das Wasser dort drin mit Feuchtigkeit versorgt. Und da ist ja nicht nur Wasser mit drin. Und dann zieht das ein und die Haut wird mattiert. Die ist so eine Kombination aus Powergrip Primer und dem Benefit Professional. Aber ohne, dass sie diese Poren so verstopft, aber sie zeichnet trotzdem weich. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Fakten auf den Tisch, Freunde. Ich habe schon viele Produkte in meinem Leben probiert, aber noch keines. Und ich verstehe es nicht. Wie kann eine Flüssigkeit mein Gesicht mattieren und auch nicht so trocken mattieren und so vorbereiten, als würde Make-up gleich rüber gehen. Aber wenn ich in drei, vier Stunden langsam anfange zu ölen, dann kommt dieses Yummy Skin Water Powder Serum raus und sagt, du hast keinen Platz fürs Öl. Wahnsinnig krass. Ich würde es euch gerne besser erklären. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin seit sechs Jahren Beauty YouTuber und ich bin mit diesem Produkt überfordert, um es zu erklären. Dieses Ding ist genau das Richtige für euch, wenn ihr ein Problem habt mit ölender Haut, mit Make-up, was vielleicht so ein bisschen zu glowy ist, aber ihr gerne eine glowy Foundation haben wollt. Die meisten glowy Foundations halten aber nicht so gut. Müsst ihr mir jetzt einfach mal vertrauen. Dieses Ding, spektakulär. Ich habe das Ganze ja jetzt hier auch schon ein paar Tage in Benutzung. Und es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Man sieht es auch nicht so richtig, dass es so mattiert wie so ein mattierender Primer. Demnach könnt ihr das aber auch benutzen, wenn ihr eine Mischhaut habt, ne? Oder eine texturiertere Haut. Wenn die Haut an einigen Stellen vielleicht so ein bisschen, na doch, so ein ganz leichtes mattierendes Effektchen sieht man. Ich verstehe es nicht, aber ich liebe es. Und das Make-up funktioniert exorbitant gut darüber. Ich habe es mit vielen verschiedenen Foundations probiert. Ich habe es beispielsweise mit der Infallable probiert. Damit hat es sehr gut geklappt. Mit der neuen von Essence. Das ist top. Ich benutze jetzt aber einmal die Skin Silk Foundation gleich. Nein. Bevor wir das machen, Freunde, ich habe einen Rabattcode von Purish bekommen. Habe ich nämlich vergessen. Der gilt auf alles von Danessa Myricks. Und das lohnt sich schon, ne? Danessa Myricks ist ein bisschen preisintensiver. Aber das ist High-End Make-up. Das ist Profi-Make-up-Qualität. Danessa ist eine Make-up-Artistin. Die weiß einfach, was sie macht. Und das ist eine krasse Brand. Und das ist auch das erste Produkt, so richtig, was ich für die Complexion habe. Ich kennt ja schon diesen Blush hier. Ich habe auch gleich noch eine neue Farbe. Aber großartig. Damit könnt ihr 10 Prozent, glaube ich, sind das bei Danessa Myricks, bei Purish sparen. Wir lassen das Ganze hier einfach nochmal so ein bisschen anziehen. Und auf der anderen Seite machen wir das heute nicht. Jetzt kam die Huda. Kam jetzt vor einigen Tagen. Oder jetzt kommt in den nächsten Tagen mit diesen Creamy-Paletten raus. Und Freunde, die haben mich gestern so, so wütend gemacht. In der Palette sind neun Farben drin. Das ist eher die etwas wärmere Farbe. Das ist die Neutral Brown Creamy Palette. Und dann gibt es auch nochmal die Grey's Creamy Obsessions Palette. Alles Cremefarben bis auf die eine, glaube ich. Gestern hatte ich meine Base gemacht. Hatte natürlich auch Concealer auf den Augen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe wirklich gestruggelt. Die Farben waren irgendwie nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber am Ende war ich trotzdem zufrieden irgendwie, weil ich es geschafft habe. Ich glaube aber, dass diese Creamshades einfach eine sehr leichte Grundlage brauchen. Und nicht so viele verschiedene Farben, weil ihr ja schon Creme drauf habt. Ich nehme jetzt so eine halb saubere Seite von einem Beauty-Schwamm. Gehe hier einfach rüber und wir probieren das Ganze nochmal. Was gestern leider nicht so gut geklappt hat, und das wird, glaube ich, auch heute nicht klappen, sind die recht hellen Farben. Die sind einfach bei mir zu hell, um sie als Transition Shade zu benutzen. Deswegen gehe ich gleich einmal hier rein. Das ist eine Cream-to-Powder-Textur. Und ich hatte gestern echt, in Anführungszeichen, Probleme, dann sie wieder abzukriegen, weil die wirklich extrem gut halten. Also wenn ihr Probleme habt, dass ein Lidschatten vielleicht, ein Puder-Lidschatten, zu schnell irgendwie verschwindet, könnte das eine Lösung sein. Das ist jetzt hier nicht das krasseste Pigment, gerade bei dieser Farbe. Aber der Vorteil von diesen Creamy-Paletten ist, dass ihr damit viel natürlichere Looks zaubern könnt. Etwas weicher und ihr habt nicht das Problem, wie vielleicht mit anderen, na, wie heißt das, mit anderen Liquid-Eyeshadows. Die schmieren schnell. Das ist ja so sofort fast pudrig, sobald du aufs Auge gehst. Was krass war, war das Schwarz aus dieser Grey-Palette. War wirklich schwierig, das wieder abzubekommen. Aber demnach sehr, sehr gut. Ich bleibe jetzt trotzdem nochmal spaßenshalber bei der, weil die mir eigentlich von dem Farbschema sehr gut gefallen hat. Ich gehe jetzt auch gleich erstmal ein bisschen dunkler. Man muss das Ganze ein bisschen aufbauen. Und ich arbeite ja jetzt auch mit einem Blendepinsel. Es funktioniert aber schon deutlich, deutlich besser als gestern. Da habe ich wirklich nichts auf mein Auge bekommen. Was ganz schön ist, ist das Finish dann auf der Haut. Tausendmal besser. Tragt das einfach auf euer Lid auf, ohne irgendwas drunter zu haben. So viel mehr Pigment. Ich bin froh, dass ich das Video neu drehe, weil ich war wirklich so sauer gestern auf die Palette. Ich habe wirklich geflucht, weil ich einfach nicht verstanden habe, wie kann man so ein Produkt rausbringen, was einfach nicht funktioniert. Ne, nehme jetzt mal einen kleinen Pinsel und platziere mir das ein bisschen kompakter hier aufs Lid. Und blende das Ganze aus. Das Finish sieht zwar bei den matten, cremigen Shades recht matt aus, aber es hat trotzdem immer noch diesen leichten Schein. Und das hält. Das hält. Ich blende hier nochmal kurz ein bisschen rüber. Und könnte sie sehr gut aufbauen. Und dann gehe ich jetzt auch gleich in das Schwarz. Die sind sehr einfach zu benutzen. Das muss ich wirklich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, dass es sehr, sehr schwierig ist, die vielleicht zu verblenden oder so. Aber wenn du weißt, und das ist mein Job, ne, ich kann ja nicht immer gleich aufgeben, hast du einen großartigen, ganz neutralen Look, der trotzdem gut gesättigt ist. Ich finde, das ist mal eine spannende Sache. Ich hoffe, dass jetzt mehr Brands mit diesen Cream-to-Powler-Paletten rauskommen. Und jetzt pass auf, die Schimmertöne waren nämlich krass. Ich bin erst in den hier unten gegangen. Das ist ganz krass, weil der den perfekten Unterton hat, wie der cremige Lidschatten, aber nur dieser bewegliche Teil irgendwie kleben bleibt. Und dann bin ich hier in den Schimmer gegangen, so beide so ein bisschen. Habe das rübergegeben und dann sieht das Augenlid aus, als wäre es nass. Wirklich aus wie so eine heiße Schokolade auf den Augen. Damit ich jetzt nicht gleich aussehe oder noch länger aussehe wie ein Waschbär. Sehr traurig, gehe ich jetzt einmal schnell mit der Foundation hier lang. Das ist die Skin Silk Foundation. Ich glaube, ihr habt das Video am Freitag gesehen. Das ist aktuell wirklich eine meiner liebsten Foundations. Ich liebe die. Die ist so schnell und einfach zu benutzen. Die sieht so schön aus. Die hält so, so enorm gut. 10 von 10. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlege euch das nochmal oben im i. Ist bestimmt schon mal aufgeploppt. Großartig. Die hält so lange. Und jetzt sieht auch der Lidschatten tausendmal besser aus. Was ich mir vorstellen kann bei diesen Creamy Paletten, ist, dass man damit wirklich auch punktuell sehr gut arbeiten kann. Oder als Kontur. Probieren wir das jetzt mal. Kommt. Wir gehen jetzt mal hier rein. Es hält halt. Man muss recht schnell sein. Okay. Krass. Also, ganz anders als gestern. 10.000 Mal besser. Wir sind aber noch lange nicht am Ende. Es gibt nämlich, und das ist so krass, ne? Diese Blushes von Danessa Myricks. Das sind die Yummy Skin Blushes. Ich habe den hier ja schon immer in meinem Schminkschublädchen hier gehabt. In der Farbe Jubilee. Ein ganz schöner, dunkler, neutraler Ton. Und jetzt gibt es aber, Achtung, diese Farbe hier. Das ist ein Hot Pink. Das ist mir persönlich schon fast zu viel. Deswegen nehme ich ein bisschen raus. Sehr, sehr pigmentiert. Und blende das hier ein bisschen in die restliche Foundation mit ein. Sehr pigmentiert. Und die halten. Die sind matt, ne? Also, das sind cremige Blushes, die aber matt runter trocknen. Ich finde, Danessa Myricks ist eh so eine Maus. Die geht gerne auch mal ein bisschen matter. Und du kannst ja diese pinken Blushes gut tragen. Einfach nur ganz reduziert. Ein bisschen geht noch. Ich finde, das ist für den Frühling vielleicht gar nicht so schlecht. Auch wenn man gerade so einen dunklen Look vielleicht hat. Ich arbeite immer so ein bisschen mit meiner Hand. Und habe da echt einen schönen Touch of Pink. Ich mische jetzt trotzdem noch mal Jubilee mit rein. Einfach, um es hier ein bisschen aufzuwärmen. Der funktioniert recht gut als Bronzer-Zwischending. Also, die Blushes, da sind 6 Gramm drin. Die kriegst du nicht leer, weil die so pigmentiert sind. Die sind natürlich, da muss man dazu sagen, Danessa Myricks konzipiert die Produkte auch vorrangig für dunklere Hauttöner. Die einfach natürlich auch noch mal mehr Pigment haben müssen, damit man sie sieht. Gerade auch solche Farben. Aber das ist natürlich auch für hellere Häute super gut zu benutzen. Du nimmst dann einfach noch ein bisschen weniger. Und hast einen richtig schönen Flush of Pink. Mit dem Rest gehe ich hier noch mal so ein bisschen rüber. Ich liebe, liebe, liebe die Base. Ihr seht es auch. Ich glaube, es kommt in der Kamera ganz gut durch, dass die Seite mit dem Primer etwas matter ist als die ohne Primer. Aber das wirkt erst in 3-4 Stunden, wenn du es dann auch wirklich gut fixiert hast. Deswegen mache ich das einmal ganz flott. Ich freue mich so sehr, dass der Lidschatten so krass geklappt hat. Weil ich einfach... Ich war pure Verzweiflung gestern. Jetzt kam die Charlotte, kam ja noch mit neuen Lippenstiften raus. Den habe ich mir auch besorgt. Da hatte ich euch in dem Influencer-Event, hatte ich euch da mit dabei, in dem Livestream. Die sind krass. Die haben sehr, sehr gut gehalten. Ich nehme jetzt mal hier einen Lippenstift in Nakilia K. Nakilila K. Von Makeup Coach. Der ist ein bisschen dunkler und lilaner. Das ist ja ein recht kühler Lidschatten-Look. Das sind diese neuen, die in den Pinkies und in den Nudies die Töne gibt. Ich habe die Farbe Candy Chic. Der sieht recht nudig aus. Auf den Lippen ist der aber ganz schön pink. Und ich war ja so ein bisschen in dem Livestream verwirrt, was sie meint. Weil sie sagt, sie performen wie Matte, sind aber vom Finish her so ein bisschen glossy. Stimmt auch. Sehr, sehr cremig auf den Lippen. Super farbintensiv. Auch so ein zarter Ton. Sehr reflektierend. Aber die bilden auch... Ich vermute auch, dass hier wieder Peptide mit drin sind, dass das wie so ein Film bildet auf den Lippen und dann ganz, ganz besonders hält. Du kannst natürlich auch mit so einem Tuch dann ein bisschen was abnehmen. Dann geht der grobe Schein weg und dann halten die. Nicht wie ein Liquid Lipstick, aber sehr, sehr schön und schade Tilbury. Da mache ich mir eigentlich keine Gedanken, dass ein Produkt nicht gut ist. Ich glaube, da kann dann jeder und jede für sich selbst entscheiden, ob man das Geld ausgibt. Ich hatte auch noch einen kleinen Aufreger gestern hier mit drin, denn Benefit hat schon wieder den Precise My Brow Pen rausgebracht. Jetzt noch kleiner. Mittlerweile sind nur noch 0,08 Gramm mit drin. Also ich liebe Benefit Produkte. Die Qualität der Produkte 10 von 10. Ja, machst du nichts mit falsch. Du kannst damit sehr feine Härchen mit reinziehen. Die Spitze ist sehr, sehr fein. Vielleicht einen Millimeter dick. Aber wofür ich kein Verständnis mehr habe, sind die Preise dann... Kleine Unterbrechung. Ich habe gerade auf der Benefit Fit Seite geschaut. Ich habe euch den normalen Precisely My Brow gezeigt mit 0,08. Jetzt der neue. Also den ich euch gezeigt habe. Der hat 0,08 Gramm für 30 Euro. Und sie haben uns einen kleinen Rabatt gewährt bei dem Precisely My Brow Detailer. Der hat nämlich nur 0,02 Gramm. Kostet dann 26,50. Come on. Wenn die Produkte so, so dünn werden... 0,08. Das habe ich gerade eben ausgehustet. Das ist schon echt, echt teuer. Klar, man soll mit denen ja auch eher nur die Härchen zeichnen und mit den Großen dann die großen Flächen machen. Und es gibt jetzt auch die Precisely My Brow Wachse mit Farbe. Aber ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen an dem Punkt, wo ich sage, Benefit, ihr müsst jetzt mal mit was rauskommen, was Furore sorgt. Sonst geht es euch so wie Bäcker. Und mir tut es so leid, weil ich das Benefit Deutschland Team natürlich auch so sehr, so gerne mache. Und ich kenne die auch persönlich. Aber die Produkte, die ihr rausbringt, die sind nicht mehr zeitgemäß. Und die sind vor allen Dingen auch langweilig. Die Foundations, die ihr damals rausgebracht habt, mega. Bitte nicht jede Woche denselben Sheila, Sugar, Blush, Hula, Blush in eine andere Pappverpackung. Die Leute fühlen sich, glaube ich, also ich fühle mich davon langsam, ehrlich gesagt, sogar ein bisschen verärgert. Krass, dass Make-up so eine Emotion auslösen kann. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gutes Produkt. Wer auf die Benefit Augenbrauenstifte steht, yes, go for it. Mega feine Spitze. Hält sehr gut, bricht nicht so schnell ab. Tolle Farbauswahl. Aber irgendwann ist auch mal genug mit Augenbrauenstiften. Ein Produkt, was mich gestern umgehauen hat, was auch echt krass war, um es wieder loszuwerden, ist die neue Call Me Queen Mascara von Essence. Und da habe ich mich eh schon so ein bisschen gewundert, wie Essence oder wie viel Essence in diese neue Mascara gebuttert hat. Die komplette Webseite. Das ganze Internet ist voll mit dieser Mascara. Das Bildschin ist ganz spannend. Es ist so ein bisschen sanduhrenförmig, geht vorne aber spitz zulaufend. Und das ist meiner Meinung nach der erste richtige Konkurrent für die Sky High Mascara. Ihr seht ja, wie oft ich jetzt hier gerade durchgehe. Es klumpt nicht. Und die ist jetzt eine neue Mascara. Neue Mascaren klumpen am Anfang immer. Deswegen lasse ich die eigentlich ganz gerne immer mal so ein paar Stündchen stehen. Die macht extrem lange Wimpern. Sehr schwarz. Ohne dass sie klumpt. Ich kann immer... Ich weiß nicht, was dieses Bürstchen da macht. Ob da kleine Mainzermännchen sind und das Ganze nochmal so ein bisschen auffächern. Hier klumpt gar nichts. Und wahnsinnig gute Mascara. Die ist nicht wasserfest, aber die ist smudge-resistant wahrscheinlich wieder. Sind sie ja mittlerweile alle. Und ich könnte dafür fast meinen Poppes verwetten, dass es die dann auch bald in Wasser fest gibt. Spektakuläre Mascara. Wirklich. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe sie online bestellt gehabt. Sollte aber auch bald in der Drogerie sein. Welch heitere Runde heute. Ein tolles Make-up. Gute Laune. Und ein schönes, schönes, schönes Make-up. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Für euch nochmal als kleine Erinnerung. Falls ihr mal die Produkte von Vanessa MyRex ausprobieren wollt. Ist natürlich jetzt eine gute Chance. Ein bisschen kann man da mit dem Code dann natürlich drauf sparen. Aber das ist so ein Produkt. Du siehst nicht beim Auftrag den Effekt. Sondern du siehst ihn halt erst nach einer Weile. Und das funktioniert wirklich, wirklich optimal. Ansonsten schaue ich mal, dass ich alle Produkte für euch irgendwie unten verlinkt kriege. Ich küsse euch. Ich hoffe es geht euch gut. Fühlt euch geküsst. Fühlt euch gedrückt. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.